Hallo ihr Lieben, ja wir sind jetzt hier beim Gut Böckelühe. Bei mir sitzt die Anna Böckelühe und sie ist hier die Hofnachfolgerin und hat sich bereit erklärt, so ein paar Fragen einfach mal zu beantworten. Und ja, liebe Anna, sag doch einfach mal, wie lange gibt es denn schon das Gut Böckelühe? Ja, wir haben eine sehr lange Familientradition und im nächsten Jahr dürfen wir ein 925-jähriges Jubiläum feiern. Und ja, da sind wir natürlich alle sehr stolz drauf. Ja, sehr cool. Also bist du dann, wievielte Generation geht das denn? So eine achte, neunte Generation? Ja, schon ein bisschen. Also jetzt im laufenden Betrieb oder so, wie wir es jetzt führen, bin ich die dritte Generation. Ja, sehr spannend. Und was macht ihr alles hier so? Es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der das hier noch nicht kennt. Also hauptsächlich haben wir ja mit dem Ponyreiten angefangen. Ganz früher gab es auch Großpferde. Und ja, aber das Ponyreiten ist das eigentlich, wo wir bekannt für sind. Und ja, zusätzlich haben wir unser Bauernhofcafé mit großem Spielplatz. Und jetzt gerade sind wir dabei, unseren Hofladen zu erweitern, zu vergrößern, um Produkte aus der Region auf jeden Fall anzubieten. Also darauf beschränken wir uns. Selbstgebackenes Brot, selbsthergestellte Konfitüren, genau. Sehr cool. Also für all diejenigen, die mal zu jeder vernünftigen Jahreszeit und außerhalb von Corona, wo man da nicht eingeschränkt ist, mal einen schönen Nachmittag verbringen wollen, dann einfach mal hier zum Gut Böckele fahren. Wenn Kinder da sind, einfach einen Pony sich schnappen, durch den Wald hier reiten und danach sich mit einem Stück Kuchen belohnen und dann auch die Region vor Ort unterstützen. Ich glaube, hier gibt es Schnaps von Potthofspiritosen. Genau. Dann gibt es, glaube ich, den Schwerter-Simpf. Richtig, ja. Dann gibt es Milch von um die Ecke. Genau, richtig. Selbstgebackenen Kuchen. Genau. Selbstgebackene Brötchen, Brote. Also alles Handarbeit und noch ganz viel Tradition. Deswegen, also unsere Empfehlung, kommt einfach mal hierhin vorbei. Bye.